Ich bin gerne Teilnehmer in diesem ECC-Forum und nicht nur deswegen, weil ich in der Lage bin, hier sozusagen meine Zielgruppen zu erreichen, Händler oder auch Dienstleister, die entsprechende Leistungen vermitteln, als Anwalt, der sich auf das Fernabplatzrecht spezialisiert hat, sondern weil ich hier auch in einer sehr konzentrierenden Form aus der Praxis Vorträge selber auch wahrnehmen kann, die mich weiterbringen. Die Eindrücke, die ich vom ECC-Forum gewonnen habe, sind sehr positiv. Wir haben zum Teil die Möglichkeit, sehr locker und einfach mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten. Es ist nicht steif, es wirkt trotzdem alles sehr professionell, die Vorträge sind sehr interessant und diese Mischung fällt mir sehr gut. Ich bin zum ersten Mal eingeladen worden, zum ECC-Forum, um das Unternehmen vorzustellen. Meine Eindrücke sind sehr positiv. Es ist ein tolles Networking da, ein toller Austausch, tolle Gespräche finden statt. Wir haben jetzt auch heute in der Mittagspause toll uns unterhalten mit verschiedenen, die auch die Sache, wie wir es machen, sehr positiv sehen. Also insgesamt das ganze Networking. Die Vorträge waren hochinteressant, haben auch sehr, sehr viel mitgenommen. Viele Inspirationen dabei, zu sagen, okay, das können wir auch auf unser System übertragen und das ist schon sehr spannend. Ich bin zum ersten Mal beim ECC-Forum dabei dieses Jahr. Mir gefällt es sehr gut. Es ist eine sehr offene Atmosphäre, eine sehr ehrliche Atmosphäre, wo Gespräche unter den Teilnehmern sehr, sehr offen und ehrlich geführt werden, wo viele neue Ergebnisse kommen und auch spannende Leute kennen. Ich bin in der Tat häufiger hier. Für mich ist das eine tolle Veranstaltung, weil hier sehr viele Praktiker unterwegs sind, tolle Gespräche in den Pausen, aber auch die Vorträge. Ich kann das eigentlich nur empfehlen.